Stell dir einen stillen Killer vor, der in deinem Körper lauert und langsam deine Gesundheit zerstört, ohne dass du es merkst. Das ist keine Szene aus einem Thriller, sondern die Realität von Pankreasschäden. Die Bauchspeicheldrüse, ein kleines aberwichtiges Organ, spielt eine entscheidende Rolle bei der Verdauung und Blutzuckerregulation. Aber was passiert, wenn wir sie unwissentlich mit schädlichen Lebensmitteln bombardieren? Die Antwort ist eine stille Epidemie von Pankreaserkrankungen, die oft erst erkannt werden, wenn es zu spät ist. In diesem Video tauchen wir ein in die Wissenschaft darüber, wie bestimmte Lebensmittel deiner Bauchspeicheldrüse schaden können und geben dir das Wissen an die Hand, fundierte Entscheidungen für ein gesünderes Leben zu treffen. Wir werden die neuesten wissenschaftlichen Studien untersuchen, versteckte Gefahren in gewöhnlichen Lebensmitteln aufdecken und praktische Tipps zum Schutz dieses lebenswichtigen Organs geben. Deine Bauchspeicheldrüse arbeitet unermüdlich für dich. Es ist an der Zeit, dass wir uns revanchieren. Tief in deinem Bauch, hinter deinem Magen, liegt die unscheinbare Bauchspeicheldrüse. Lass dich von ihrer geringen Größe nicht täuschen, dieses Organ ist ein wahres Kraftpaket und verantwortlich für zwei wichtige Funktionen Verdauung und Blutzuckerkontrolle. Die Bauchspeicheldrüse produziert Enzyme, die Fette, Proteine und Kohlenhydrate zerlegen und es deinem Körper ermöglichen, Nährstoffe aus der Nahrung aufzunehmen. Gleichzeitig schüttet sie Insulin und Glukagon aus, Hormone, die den Blutzuckerspiegel regulieren und sicherstellen, dass dein Körper ständig mit Energie versorgt wird. Ohne eine gesunde Bauchspeicheldrüse würde unser Körper nur schwer funktionieren. Die Verdauung wäre beeinträchtigt, was zu Nährstoffmangel führen würde und der Blutzuckerspiegel würde stark schwanken, was zu Müdigkeit, Gewichtsverlust und sogar zu lebensbedrohlichen Krankheiten wie Diabetes führen kann. In der heutigen Welt voller zuckerhaltiger Getränke, verarbeiteter Snacks und raffinierter Kohlenhydrate ist es keine Überraschung, dass der Zuckerkonsum sprunghaft ansteigt. Wir alle gönnen uns zwar gerne mal eine süße Leckerei, aber übermäßiger Zuckerkonsum kann unserer Bauchspeicheldrüse stark zusetzen. Wenn wir große Mengen Zucker zu uns nehmen, gerät unsere Bauchspeicheldrüse in Hochform und pumpt Insulin, um den Blutzuckerspiegel zu regulieren. Mit der Zeit kann diese ständige Beanspruchung die Bauchspeicheldrüse erschöpfen, was zu einem Zustand führt, der Insulinresistenz genannt wird. Bei der Insulinresistenz sprechen die Körperzellen weniger auf Insulin an, wodurch die Bauchspeicheldrüse noch mehr von diesem lebenswichtigen Hormon produzieren muss. Dieser Teufelskreis kann schließlich zu Typ-2-Diabetes führen, einer chronischen Krankheit, die durch einen hohen Blutzuckerspiegel gekennzeichnet ist. Die moderne Ernährung ist voll von verarbeiteten Lebensmitteln, von abgepackten Snacks und Fertiggerichten bis hin zu Fastfood und zuckerhaltigem Müsli. Diese praktischen Optionen sind oft mit ungesunden Transfetten, künstlichen Inhaltsstoffen und übermäßig viel Salz belastet, die alle der Bauchspeicheldrüse schaden können. Transfette, die in vielen frittierten und verarbeiteten Lebensmitteln enthalten sind, werden mit einem erhöhten Risiko für Bauchspeicheldrüsenkrebs in Verbindung gebracht, einer der tödlichsten Krebsarten. Diese schädlichen Fette fördern Entzündungen im ganzen Körper, auch in der Bauchspeicheldrüse, und schaffen so ein Umfeld, in dem Krebszellen gedeihen können. Darüber hinaus kann der hohe Salzgehalt in vielen verarbeiteten Lebensmitteln den Blutdruck erhöhen, was die Bauchspeicheldrüse zusätzlich belastet und das Risiko für eine Schädigung der Bauchspeicheldrüse erhöht. Kapitel 5. Alkohol und deine Bauchspeicheldrüse Eine toxische Beziehung. Während mäßiger Alkoholkonsum im Allgemeinen für die meisten Erwachsenen als unbedenklich gilt, kann übermäßiger Alkoholkonsum verheerende Folgen für die Bauchspeicheldrüse haben. Alkohol ist ein bekanntes Gift, das die Zellen der Bauchspeicheldrüse direkt schädigen und zu Entzündungen und Vernarbungen führen kann. Diese Entzündung, bekannt als Pankreatitis, kann starke Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und sogar lebensbedrohliche Komplikationen verursachen. Chronischer Alkoholmissbrauch erhöht das Risiko, eine chronische Pankreatitis zu entwickeln, eine langfristige Erkrankung, die durch anhaltende Entzündungen und irreversible Schäden an der Bauchspeicheldrüse gekennzeichnet ist. Mit der Zeit kann eine chronische Pankreatitis die Fähigkeit der Bauchspeicheldrüse beeinträchtigen, Verdauungsenzyme und Insulin zu produzieren, was zu Unterernährung, Diabetes und einem erhöhten Risiko für Bauchspeicheldrüsenkrebs führt. Kapitel 6 Versteckte Gefahren, Vorsicht vor diesen unerwarteten Übeltätern. Neben den offensichtlichen Übeltätern wie Zucker, verarbeiteten Lebensmitteln und Alkohol gibt es eine Reihe überraschender Lebensmittel, die deiner Bauchspeicheldrüse schaden können. Rotes Fleisch, insbesondere verarbeitetes Fleisch wie Speck und Wurst, enthält einen hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren und Nitraten, die beide mit einem erhöhten Risiko für Bauchspeicheldrüsenkrebs in Verbindung gebracht werden. Große Portionen von rotem Fleisch können die Bauchspeicheldrüse ebenfalls überlasten, was zu Entzündungen und Verdauungsproblemen führen kann. Ein weiterer überraschender Übeltäter ist weißer Reis. Weißer Reis hat einen hohen glykämischen Index. Das heißt, er lässt den Blutzuckerspiegel schnell ansteigen, was die Bauchspeicheldrüse zusätzlich belastet. Die Umstellung auf Vollkornprodukte wie braunen Reis, Quinoa und Hafer kann helfen, den Blutzuckerspiegel zu regulieren und die Bauchspeicheldrüse zu schützen. Kapitel 7 Schützen Sie Ihre Bauchspeicheldrüse Einfache Schritte für ein gesundes Leben Die gute Nachricht ist, dass der Schutz Ihrer Bauchspeicheldrüse keine drastischen Maßnahmen erfordert. Indem Sie einfache, nachhaltige Änderungen an Ihrer Ernährung und Ihrem Lebensstil vornehmen, können Sie Ihr Risiko für Pankreaserkrankungen deutlich reduzieren und die Gesundheit dieses lebenswichtigen Organs unterstützen. Beginnen Sie damit, Ihren Konsum von Zucker, verarbeiteten Lebensmitteln, Transfetten und Alkohol einzuschränken. Konzentrieren Sie sich darauf, mehr vollwertige, unverarbeitete Lebensmittel in Ihren Speiseplan aufzunehmen, wie Obst, Gemüse, Vollkornprodukte, mageres Eiweiß und gesunde Fette. Körperlich aktiv zu bleiben, ein gesundes Gewicht zu halten und nicht zu rauchen, ist ebenfalls entscheidend für die Gesundheit der Bauchspeicheldrüse. Denken Sie daran, dass kleine Veränderungen einen großen Unterschied machen können, wenn es darum geht, Ihre Bauchspeicheldrüse zu schützen. Kapitel 8 Wie entscheidest du dich für die Gesundheit deiner Bauchspeicheldrüse? Die Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen, haben einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit, auch auf die unserer Bauchspeicheldrüse. Indem wir verstehen, welche Lebensmittel diesem lebenswichtigen Organ schaden und einen pankreasfreundlichen Lebensstil annehmen, können wir uns selbst befähigen, chronischen Krankheiten vorzubeugen und ein längeres, gesünderes Leben zu führen. Wenn du also das nächste Mal zu einem Snack greifst oder deine Mahlzeiten planst, denke über die Auswirkungen auf deine Bauchspeicheldrüse nach. Wirst du dich für Lebensmittel entscheiden, die dieses kleine, aber mächtige Organ nähren und schützen oder wirst du unwissentlich zu seinem Untergang beitragen? Du hast die Wahl und deine Bauchspeicheldrüse wird es dir danken, wenn du gesunde Entscheidungen triffst.